Shisha statt Wein, ich dachte, na gut, es wird so schlimm schon nicht sein. Vielleicht wär für'n Anfang ja was Mildes ganz gut, also nahm ich einen tiefen Zug, das war nicht klug. Shisha statt Wein, wenn ohne Minze knallte ordentlich rein, und als mir dann übel wurde, dachte ich mir, dass ich mich, wenn ich sonst gar nicht rauch, ja nicht wundern brauch.